Die heutige Aufgabe ist eine Art Lauflicht mit 8 LEDs. Die Schaltung habe ich schon aufgebaut, sie unterscheidet sich zur Ampelschaltung nur in der Anzahl der Leuchtdioden. Sie belegen die Anschlüsse 2 bis 9. Mit den bereits bekannten Befehlen sieht das Programm so aus. Die LEDs werden erst in aufsteigender Folge ein und dann ausgeschaltet. Also nichts Neues und es funktioniert auch. Wenn wir jetzt nicht nur 8, sondern viel mehr Möglichkeiten hätten, würde der Programmcode sehr lang werden. Geht das nicht einfacher? Im Grunde genommen führen wir 8 mal hintereinander den gleichen Befehl aus. Nur die PIN-Nummer erhöht sich immer um 1. Also warum schicken wir unser Programm nicht in eine Schleife und zählen bei jedem Durchgang die Anschlussnummer hoch? Dazu ersetzen wir die Zahl durch eine Laufvariable. Wir werden heute die sogenannte Vorschleife kennenlernen. Die Syntax sieht im Prinzip so aus. In die Klammer nach dem Schlüsselwort vor kommen nacheinander der Startwert der Laufvariablen, die Bedingung für das Durchlaufen der Schleife und die Anweisung, wie sich die Laufvariable bei jedem Durchlauf ändert. Alle Befehle, die bei jedem Schleifendurchlauf ausgeführt werden sollen, kommen wieder dahinter in geschweifte Klammern. Wie sieht das in unserem Beispiel aus? Die Laufvariable können wir nennen wie wir wollen, ausgenommen sind andere Schlüsselworte aus der Programmiersprache. Üblicherweise nennt man die Variable einfach nur i. Der Anfangswert für i ist 2, denn das ist unser erster Ausgang. Bei der Einführung von Variablen muss auch der Variablen Typ definiert werden. Darum steht hier das Int für Integer, also Ganzzahl. Die Schleife soll solange durchlaufen werden, solange i kleiner oder gleich 9 ist. Und bei jedem Durchlauf soll i inkrementiert, also um 1 erhöht werden. Das kann man vereinfacht schreiben als i++. Bei zwei Minuszeichen würde i heruntergezählt werden. In unserer Anweisung wird die Pinnummer durch i ersetzt und mit dem Delay-Befehl legen wir die Geschwindigkeit für das Lauflicht fest. Die ganzen Wiederholungen können wir jetzt löschen. Wie läuft das Programm jetzt ab? Startwert ist i gleich 2. Beim ersten Durchlauf wird Pin 2 auf High gesetzt und eine halbe Sekunde gewartet. Jetzt wird i um 1 auf 3 erhöht und die Bedingung abgefragt. Ist i kleiner gleich 9? Ja und deshalb wird die Schleife nochmal durchlaufen und Pin 3 auf High gesetzt. Das geht jetzt so weiter bis i gleich 9. Pin 9 wird aktiviert, i auf 10 erhöht, wodurch die Bedingung kleiner gleich 9 nicht mehr erfüllt ist und die Schleife endet. Das gleiche können wir mit dem Ausschalt-Befehl machen, wodurch unser Programm jetzt wesentlich kürzer ist und auch nicht größer wird, wenn 100 Schritte durchlaufen werden müssten. Und wenn wir schon dabei sind, können wir das auch in unserem Setup-Teil machen, denn auch hier werden nacheinander die Pins 2 bis 9 als Ausgang definiert. Nach dem Kompilieren sehen wir, dass wir jetzt auch weniger Speicherplatz brauchen. Probieren wir, ob es auch funktioniert. Perfekt. Das war's für heute. Zum Schluss werde ich dem Lauflicht noch etwas Speed geben.